Sehr geehrte Damen und Herren, das ist Elisa, ich bin Dominik und das sind die Was geht ab Shorts. Brauchen wir keine Schule mehr und brauchen wir auch kein Wissen mehr anzuhäufen? Genau diese kontroversen Fragen stellt Sugata Mitra, ein indischer Professor an der Newcastle University in England. Wie viele andere ist auch er der Meinung, dass das jetzige Schulsystem veraltet ist. Es funktioniert zwar noch, aber wir brauchen es nicht mehr. Seine Idee ist eine School in the Cloud, für die er letztes Jahr den TED Prize gewann, der mit einer Million Dollar notiert war. In der School in the Cloud gibt es keine Lehrer mehr, sondern nur noch Schüler, die sich alles selbst beibringen. Sie bekommen eine Frage gestellt, wie zum Beispiel, was passiert mit der Luft, die wir einatmen? Um die Antwort zu finden, haben die Kinder ein PC zur Verfügung. Indem sie recherchieren, lernen sie etwas über die Zusammensetzung der Luft, den Blutkreislauf und warum Sauerstoff wichtig für die Zellen ist. Seine Idee kam Mitra in Indien. Dort lehrte er Computerprogrammierung und direkt an seinem Bürogebäude grenzte ein Slum an. Er baute einen Computer in die Wand, die den Slum umgrenzte und mit diesem Hole in the Wall fing alles an. Die Kinder fragten, was es ist und ob sie es anfassen dürften. Sie durften. Nach acht Stunden kam Mitra wieder und die Kinder surften im Internet, ohne dass er ihnen erklärt hatte, wie das geht oder was es überhaupt ist. Erstaunlich daran ist, dass die Kinder kein Englisch sprachen, der Computer aber auf Englisch programmiert war. Und die Kinder erklärten anderen Kindern, wie man die Maus benutzt und im Internet surft. Mitra beschloss, einen weiteren Test durchzuführen. 2010 brachte er einen PC in das südindische Dorf Kalikupam, auf dem er lauter Artikel über DNA-Replikationen aufgespielt hatte. Die Kinder in dem Dorf sprachen nur Tamil. Er suchte ein paar Kinder zwischen 10 und 14 aus und sagte zu ihnen, auf dem Computer sind sehr komplizierte Dinge und alles ist auf Englisch. Er ließ sie einen Test über das Thema machen. Sie hatten nichts richtig. Dann ging Mitra. Nach zwei Monaten kam er wieder und die Kinder erklärten ihm, dass sie nichts verstanden hätten. Mitra hakte nach, ab wann sie denn beschlossen hätten, dass sie nichts verstehen. Es kam raus, dass die Kinder jeden Tag auf dem Bildschirm starten und ein Mädchen erklärte ihm in einem Misch aus Englisch und Tamil. Nun, abgesehen von der Tatsache, dass die ungenaue Replikation von DNA-Molekülen genetische Krankheiten verursacht, haben wir nichts verstanden. Mitra führte einen neuen Test durch und die Kinder hatten 30% richtig. Damit wären sie aber immer noch durchgefallen und so fragte er eine Buchhalterin aus dem Dorf um Hilfe. Sie sollte das Granny-Prinzip, also das Großmutter-Prinzip, anwenden. Das heißt, sie sollte die Kinder loben und motivieren und zum Beispiel Fragen stellen, wie Wie hast du denn das gemacht? Wow, das hast du gut gemacht! Dank! Als Mitra wiederkam, konnten die Kinder die Hälfte aller Fragen im Test richtig beantworten. Mitra errichtete eine Granny-Cloud, wo pensionierte Lehrer und Lehrerinnen aus England den Schülern per Skype zugeschaltet werden und sie so motivieren und unterstützen können. Durch Ermutigung können Kinder ihre Leistungen steigern. Stress- und Drucksituationen dagegen blockieren den sogenannten präfrontalen Kortex, der für das Lernen zuständig ist. Mitra plädiert, dass man eine Zukunft für das Lernen schafft, und zwar für das Lernen als Prozess der Selbstorganisation. Lernen sollen die Kinder in einem SOUL, einem Self-Organized Learning Environment. Dort haben die Kinder Zugriff auf PCs mit Internetzugang. Das erste SOUL eröffnete im November an der George-Stephenson-Highschool in Killingworth. Die Kinder gestalteten es sogar selbst mit. Eine Gruppe von vier Kindern sitzt dabei jeweils vor einem Computer, weil die Interaktion und das gegenseitige Beibringen und Erklären Teil des Lernprozesses sind. In dem SOUL hat Mitra auch die Nachhaltigkeit des Lernergebnisses überprüft. Direkt nachdem die Kinder eine Frage durch Recherche gelöst hatten, mussten sie alleine einen Test zu dem Themengebiet durchführen. Sie hatten 76% richtig. Nach zwei Monaten, nachdem die Kinder gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hatten, testete Mitra sie wieder. Mit einem erstaunlichen Ergebnis. 76% richtig. Mitra möchte dieses Jahr noch ein SOUL in Großbritannien und vier weitere in Indien eröffnen. Auch die Granny Cloud gibt es noch. In der sind aber längst nicht mehr nur pensionierte Lehrer, sondern auch viele andere Menschen, die sich in dem Projekt engagieren wollen. Gemanagt wird das Ganze über die School in the Cloud Web-Plattform. Das Einzige, was die Kinder zum Lernen brauchen, sind Breitband, Ermutigung und Zusammenarbeit. Es geht nicht darum, Lernen zu erzwingen, sondern Lernen zu lassen, so Mitra. Unterstützt wird das Projekt von Microsoft, Made by Many und IDEO mit dem Ziel, ein globales Netzwerk zu schaffen, das es Kindern und Lehrern überall auf der Welt ermöglicht, Teil der School in the Cloud zu sein. Mitra, es ist mein Wunsch, die Zukunft mitzugestalten, indem ich allen Kindern weltweit dabei helfe, auf ihren Sinn für Wunder und Zusammenarbeit zuzugreifen. Was haltet ihr von dem Modell? Und würdet ihr auch gerne Zugang zu so einem Lern-Lab haben? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Da drüben gibt es noch zwei weitere Videos, unter mir könnt ihr abonnieren. Hier findet ihr TexKalibur und alle Social Media Links in der Videobeschreibung. Das waren die Was geht ab Shorts. Und wir sind dann mal weg. Lernen. Genau. Bis zum nächsten Mal.